Wir sind live? Ja. Okay, wunderbar. Man sieht, die beiden haben schon Spaß. Geht auch gleich los. Wenn du halt nichts drückst. Übrigens wird das ganze Race aus dem Titelbildschirm bestehen. Wer wird Countdown geben? Oder soll ich machen? Du. Gut, bereit? Dann 3, 2, 1, go. Viel Erfolg. Ja, Megaman X3. Die Megaman-Reihe an sich sollte ja sehr bekannt sein. Das ist so eine der ikonischsten Reihen überhaupt in der Videospielgeschichte. Die X-Reihe ist quasi nochmal eine Unterreihe von dem ganzen Franchise. X, also der Protagonist, den wir hier spielen, ist halt eine neuere Version von dem ursprünglichen Megaman. Und die X-Reihe ging, glaube ich, bis Teil 8. X8, glaube ich, war es. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf. Aber auf alle Fälle gab es da schon ein paar Spiele mehr. Das ist im Grunde einfach eine modernere Variante dieses grundsätzlichen Megaman-Prinzips. Aber unterm Strich ist es Schießen, Laufen, Springen und ja, Bosse besiegen am Ende eines Levels. Wir hätten übrigens schon eine Spende. Okay. Und zwar 50 Euro von DasLatin. Mit dem Kommentar danke euch allen nochmal für den schönen Tag heute. Und natürlich das ganze Event. Viel Glück weiterhin mit den Runs. Möge die Technik mit euch sein. Vielen Dank. Rummel für DasLatin. Das soll ich nicht klatschen, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe. Egal. Und wir haben noch eine. Jetzt geht es aber rund hier. Von Bamboo Shadu. Von 10 Euro. Mit dem Kommentar. Good luck an die Struggler. Und danke Germans für das tolle Event. Fragt mal Zardogs, ob er Eier mag. Null. Dankeschön. Shadow. Vielen Dank. Und natürlich Rummel an ihn. Das war jetzt peinlich. Ja, wie gesagt. Megaman-Reihe. So Grundprinzipien hatte ich ja jetzt erklärt gerade. Moment ist Zardogs auch ein kleines Stück vorne. Das war aber glaube ich gerade der gleiche Bosskampf. Ja. Okay. Gut, aber ja, es ist ja noch zu Beginn des Runs, des Races. Ähm, wir haben mal die ersten mit nochmal. Hä? Entspannend. Eine Stunde. Achso, eine Stunde. Okay, ich sehe das gerade hier. Egal. Ähm. Ja, und da kann auch eine ganze Menge passieren. Also hier ist bei bestem Willen noch nichts empfehlen. Jetzt haben wir hier auch gleich den nächsten Bosskampf. Und das sieht bei beiden gut aus. Aber uns hat sogar ein bisschen aufgeholt, habe ich den Eindruck. Ja, ein paar Sekunden Unterschied sind immer noch. Ähm, ja. Wichtig ist generell, dass das Zero, Zero war es, ne? Ja. Ja, dass Zero in dem Run nicht stirbt. Da gibt es gerade bei einem speziellen Boss, beziehungsweise in einem speziellen Kampf, da ist die Chance halt sehr hoch. Beziehungsweise, der ist ziemlich gefährlich. Aber dann kommen wir da nochmal drauf. Wenn es so weit ist. Ähm, die Reihenfolge, in der die, die Bosse gemacht werden, da hatte ich jetzt vorhin schon mal kurz ein bisschen die Idee, die ist in, in, also für jeden Runner so mehr oder weniger gleich. Beziehungsweise, es gibt halt so die, äh, Runde, die sich etabliert hat unter den Speedrunnern. Bei einigen Mega-Mens-Spielen kann es ja mal sein, dass der eine Speedrunner halt die Runde wählt, der andere wählt die Runde oder die Reihenfolge vielmehr. Äh, aber hier gibt es halt so eine, so eine fest etablierte Reihenfolge, die die beiden jetzt auch, von der, die beiden jetzt auch nicht abweichen werden. Jetzt geht's rund, jetzt geht's rund, wir haben schon wieder eine Spende. Okay. Drei sogar. Einmal von Riordan, 150 Euro. Wow. Er teilt uns mit, dass er Zartok, dass, da er leider Zartok sein, Terra, Mega-Drop-Present zeitlich nicht sehen kann, kommt seine Spende jetzt schon. Eine gute Sache, für welche hier gespielt wird und gute Unterhaltung auch noch dazu. Viel Glück allen Runnern und vor allem viel Spaß allen Zuschauern. Champagner für alle. Dafür ein Rummel. Rummel. Dann hat uns ein lieber französischer Rollspirit 20 Euro gespendet. Thanks for the 20 Euro Donation Rollspirit. And Rummel. 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 Und jetzt noch 20 Euro vom Flamesieker mit dem Kommentar Zartokz, ich will ein Kind von dir. Gut luck an die Struggler, Champagner. Und auch hier noch einen Rummel. Rummel. Ja, so, jetzt muss ich mich mal kurz orientieren, wie es hier in dem Race aussieht. Ich glaube, die Laube Arones ist jetzt ein bisschen abgefallen. Du hattest davon an einer Stelle auch ein paar Probleme. Ja, ich habe die Kurve nicht gekriegt, ja, mit dem Jump. Aber noch nichts, was die ganzen Runnern jetzt zu sterben würde. Das wäre nämlich schade. Und hier sehen wir jetzt, gerade bei Zartok sehen wir jetzt auch eine Mechanik, die wir im Grunde auch schon den ganzen Runnern immer wieder gesehen haben. Dieses schnell die Wände hoch und, ja, dann kommt man halt im Endeffekt, wenn man es richtig trägt, schneller durch die Wände durch. Also generell ist es wichtig, halt den Dash und dieses Hochspringen da, ich komme gar nicht auf den Namen, dass man das halt korrekt macht. Bitte? Wall kick. Achso, okay. Roll kick. Wall, wall. Ach, wall. Achso, ich dachte wegen Roll, wegen dem Hund, dass der damit irgendwas zu tun hat. Auf alle Fälle, diese Fähigkeiten einzusetzen, also richtig einzusetzen, das macht halt in dem Run-Train eine ganze Menge aus. Zeit für eine kleine Spende? Ja. Ja, ich denke mal so. Ja, ja. Von Rektor, 10 Euro. Ich spende nochmal 10 Euro, wenn Zartok slorgt. Rummel! Ruft. Danke. Das macht er extra. Aber, Rummel! Rummel! Das war laut genug. Ich höre aus dem Hintergrund, die Leute sind sehr zufrieden mit dem Rummel, mit der Lautstärke. Ich habe mir vor dem Run noch mal ein bisschen die Mechanik von Bits und Bytes erklären lassen, und ja, da musste ich aber erst mal sehen, damit ich dann weiß, das ist Bits und Bytes. Oh, oh. Oh, oh. 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 Das ist ein enges aussieht, ne? Ne, ne. Okay, gut. War nur hart, also richtig verkackt. Passe, okay. Na gut. Kommt mal vor. Boah. Der Abonus soll ja auch holen. Das hast du mit Absicht gemacht, damit das wieder spannend wird, okay. Genau, ja. Aber Abonus ist zumindest beim selben Boss. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ne, also soweit seid ihr noch gar nicht auseinander. Das schaffst du noch. Das andere Santer an den Boss ist halt, dass du halt in Invincibility Frames weiterhin mesh'n kannst und so eine HP weiterhin verliert. Warum auch immer. Wir haben eine kurze Zwischensequenz, die kann man scheinbar auch nicht wirklich wegdrücken. Ne, leider nicht. Oder ein bisschen durchmeschen wahrscheinlich noch. Ja genau, die quatschen viel und... Und ihr spielt beide auf Japanisch? Ja. Genau. Okay. Wie viel Unterschied macht das eurer Meinung nach? Also bei Mega Man X 1 sind es glaube ich 11 Sekunden. Also hier über 40 Sekunden. Achso. Also lohnt sich schon. Ja, das ist das Mega Man X Game Film SNES mit den meisten Texten. Oh, okay. Na gut, es ist ja auch nicht... Also stelle ich mir jetzt nicht allzu schwer vor, sich an das Japanische zu gewöhnen. Weil es ja wirklich nur ein paar Story-Elemente sind. Ne, also wenn man die Story nicht braucht, dann kann man es auch so spüren. Von Speedrun hat es kaum eine Relevanz außer der Zeit gespart. So. Wir hätten schon wieder eine Spende. Wow. Ist Zeit dafür? Ja, ich glaube schon. Ansonsten reden die beiden einfach dazwischen. Okay. Dann haben wir DDD mit 20 Euro. Und ein Kommentar dazu. Die Any-Percent-Route bei X3 ist immer so komisch. Ich will immer zum Tunnel Rhino am Anfang. Ja. Das ist blöd. Das tut mir sehr leid, DDD. Das wollen wir alle. Aber vielen Dank für die 20 Euro. Rummel. Rummel. Ja, wir sind ja auch schon beim Bitfight. Der kann halt in Stage 3, 4, 5 kommen. Und man will ihn halt nicht mit seiner Weakness töten. Ansonsten hat man eine sehr lange Cutscene mit Explosionen. X3, also die Entwickler haben sich gedacht bei X3, sie mögen Explosionen. Oh ja. Mal kurz zur Erklärung. Es gibt ja insgesamt erst mal zumindest acht Welten. Und es gibt in jeder dieser Welten halt so Räume, die wirken beim ersten Mal durchspielen. Wenn dann nichts passiert, einfach nur leer. Und diese Räume sind halt für Bit und Byte reserviert. Bit kann zum dritten, vierten oder fünften Level kommen, das man nicht geschafft hat. Oder das man gerade macht. Und Byte kann dann im sechsten, siebten oder achten Level kommen. Sprich, die ersten beiden Level, in denen kommen die definitiv nicht. Und ab da ist es dann so ein bisschen RNG, ein bisschen zufallsabhängig. Das macht, glaube ich, auch keinen wirklichen Unterschied, wo sie dann kommen. Ich muss da wieder fragen, Zeit für die Spende. Weil momentan dreht der Spendentracker durch. Wir schalten den einfach ab, dann haben wir unsere Ruhe. Nein. Nein, bloß nicht. Nein, aber ich denke mal schon. Von Tresor Golem 79, 10 Euro mit dem Kommentar. So, ich möchte auch gerne meinen Beitrag lasten. Das ist ein tolles Event unter Nichtsartrox. Du wirst das Race gewinnen. Ich glaube an dich. In dem Sinne, danke und... Rummel! Was man auch erwähnen kann, X3 hat so gut wie keine AMG, außerdem Bosse. Okay. Ich gucke gerade... Als Tunnel Rhino ist auch interessant. Solange man nicht in der zweiten Hälfte... von Tunnel Rhino stirbt, gibt er einem immer nur dieses eine Pattern. Er charges nach links und charges nach rechts. Aber sobald man in der Stage in der zweiten Hälfte stirbt, dann rastet er komplett aus und schießt überall auf diese Dinger rein. Mhm. Okay. Und Heiter, ich muss meine Stimme doch noch schonen, ist noch eine lange Nacht für mich. Ähm, wer ist Thorn? Im Moment ist Xardox Thorn. Ähm... Kann man nicht so sagen, weil ich hab schon ein Bit getötet. Ja. Achso, ja. Aber vielleicht nun? Ja. Ja, okay. Gut. Ja, dann könnte man's theoretisch nach diesem Kampf dann genau sagen. Ungefähr, ja. Genau, äh... Jörg Schleif. Der sitzt da jetzt eigentlich grad dran. Achso. Achja, stimmt. Das war ja Jörg Tree Stream, das Jörg Schleif. Ähm, ja, hat's auch nochmal gesagt. Vielen Dank für die Spenden. Für die vielen Spenden vor allem. Ähm, wir haben noch zwei Spenden, die ich nicht vorgelesen habe. Ich will nicht mehr. Nein, mach ruhig, mach ruhig. Berlin Dude spendet uns 20 Euro und sagt, jetzt muss ich das ganze Sternburger Bier alleine trinken. Rummel dafür. Rummel dafür. Danke schön. Und... Ja, ich hätte jetzt auf einmal gemacht, dass ihr einmal klatschen müsst, aber so klatscht ihr halt zweimal. Los! Und dann nochmal von Rektor 10 Euro, wie versprochen weitere 10 Euro. Vielen Dank und Rummel! Und können wir jetzt bitte mal wieder auf den Run zurückkommen? Das ist ja schrecklich. Ähm, ja, jetzt ist bei dir beide auch besiegt. Jetzt seid ihr im Endeffekt vom Fortschritt her wieder auf dem gleichen Stand. Und du bist immer noch ein bisschen vorne, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also zart nach 20 Euro. Ja, mein Boss hat lang, ja. Wenn ich schlechte RNG kriege. Ach so, okay. Die ich hatte, meinst du? Hatste ja schlechte? Ja, drei oder viermal. Okay. Das ist schlecht, ja. So kann man zusammenfassen, ja. Das ist ein Run, ich kann nur spenden. Eora lügt nicht. Es ist gerade auch ganz interessant zu sehen, beide sind bei zwei komplett verschiedenen Bossen. Da haben wir mal beide so auf einen Blick. Ah, ich hätte fast den ohne Charge gekriegt. Also ich hätte einen Charge. Ich glaube, der kostet sechs Sekunden. Äh, vier. Vier. Das war der RNG-Boss, da bei dir jetzt abonust, ne? Also jeder Boss in X3 hat halt so einen Desperation-Move. Der macht halt eine gewisse Anzahl an HP. Und bei ihm ist es halt dieser Charge. Und in diesem Charge kannst du ihn halt auch nicht hitten. Ah, okay. Und da verliert man jetzt vier Sekunden, wenn es jetzt gerade richtig ist. Ich habe nur vier verloren, ja. Ach so, okay. Ach, kann man sogar mehr verlieren? Ja, der kann den öfters machen. Ach so, okay. Na gut. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Sind das die Windy-Stages jetzt schon? Oder die Windy gibt es ja hier gar nicht. Die Sigma-Stages war es, ne? Äh, Doppler. Ach so. Ach so, oder Doppler, ja. Man sieht, ich habe von der Story von X3 ziemlich wenig Ahnung. Zumindest sind sie jetzt beide wieder in derselben Stage. Wir können ja mal an der nächsten markanten Stelle gucken, wie der Unterschied ist. Damit wir da mal einen kleinen Überblick haben. Ja. Ähm. Wird die Energie in dem Run irgendwann mal so ein Problem, also gibt es so ein paar Stellen, wo man wirklich aufpassen muss, wie viel Energie man verliert. Oder ist das eigentlich so gut? Gegen Ende, ja. Okay. In den letztlich Stages, ja. Und ich habe jetzt mal so geschätzt, ungefähr eine halbe Minute Unterschied zwischen euch beiden. Würde ich jetzt sagen. Also kann ich auch ein bisschen verschätzt haben. Ach ja, und der Boss ist auch etwas armisch, aber nicht viel. Aber der kann sich sehr viel Zeit kosten. Ja, okay. Ihr hattet mir im Vorfeld ja erzählt, wenn man Bits und Bytes, genau, Bitten und Bytes, wenn man die mit ihrer Schwäche besiegt, dann explodieren die und dann gibt es später an anderer Stelle einen Boss, der richtig ekelhaft ist. Äh, ja. Kommt der noch? Nee, den machen wir nicht. Nein, oder die Stelle, wo der kommen würde. Waren die jetzt schon, oder? Nee, die kommen später. Ja, das dauert noch. Achso, okay. Gute Viertelstunde. Kümmer daumen. Ja, dann scheint es ja wirklich schon zum Ende des Spiels zu sein. Ich überlege auch gerade, bzw. ich gucke einfach mal in das Command. Kann ich auch mal in eure Bestzeiten eingehen? Wird natürlich nicht gepostet. Doch, jetzt. 39, 26, 05 ist der Weltrekord von Luis Miguel. Und die beiden haben Zeiten, oh, von 44, 09, 76 bei Zartox und 44, 35, 09 bei Aronis. Also wirklich ziemlich dicht beieinander. Das ist eine gute Voraussetzung eigentlich für so ein Race. So, und hier haben wir Bit. Ah, okay. Das Gegenstück. Hm. Ah. Wörlendüte schreibt es auch gerade, wenn Bit und Ball zerstört werden, kommt ein anderer Boss am Ende von Doppler 1. und die beiden hatten wir da halt vorher schon mal ein bisschen was erzählt dass dieser boss halt besonders ekelhaft sein soll deswegen wird er im speedrun natürlich dann verliegen genau ungefähr 35 sekunden hinter zartox ist er wo uns jetzt also immer noch dicht beieinander da ist noch alles offen ist das was du da jetzt gerade machst ist das eine ganz normale bossattacke? also ja genau die von dem catfish den wir zuletzt getötet haben achso ah ok die war fürs ultra op ja ja die sah nämlich auch sehr stark aus deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt oder verwundert vielmehr genau es muss spannend bleiben und das bleibt es offenbar auch ist denn irgendwo jetzt zum nächsten noch eine stelle wo es richtig kritisch werden kann oder richtig kritisch wird Moment ja ja klar klar irgendwas knackt hier ich weiß jetzt gar nicht was das ist also nicht von anderen Leuten ja ja aber hier wurde nichts rausgezogen na wer weiß wer weiß die spinnt vielleicht nicht rum die ärgert uns vielleicht nur ja und genau Merlin Dudes hat es auch gerade geschrieben in den Doppler Statures kann sich alles drehen ja und dann kommt auch noch ein Boss Rush wo man nochmal gegen die acht Mariks kämpft und da kann halt auch alles passieren und beim Final Boss ja klar ein Boot sind eineinhalb Minuten oh ok oder mehr gut also egal wer jetzt wie weit vorne ist im effekt bleibt es bis zum Ende gespannt genau ja ja ich warte auf die Doppler Statures können keine Sache ähm Tazata ähm Mr. Tiger und Mr. Tiger 92 sind dieselben weil es kann sein dass das im Schedule über zwei verschiedenen Namen steht das ist dann meine Verschuldung es tut mir leid das ist dann auch obwohl die Ziffer das Horrors Geld erstellt der ist schuld ich dich auch Ab Monus sieht man auch gerade die OP-Waffe im Einsatz. Die werden wir auch heute noch sehen ab jetzt. Genau. Sechstens Launch? Vierens Launch? Ne, wir kümmern uns um dich. So eine Zwischenzeit oder was? Ja, wir hatten da einen Timer ablaufen und da haben wir heute kurz nach der Zeit geschaut. Achso. Der Sturz bei Zartox, der hat ein bisschen Zeit gekostet gerade. Aber passiert. Gibt es eigentlich Unterschiede zur Legacy Collection? Fragt Vuki. Die habe ich nicht. Ja. Ja. Gibt es? Input Delay ist grauenhaft. Okay. Wow. Ich glaube, dann hole ich mir die doch nicht. Also kann ich zumindest zu X1, zu X3 sagen. Okay. Und da dann lieber das Original? Ja. 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 Definitiv. Aber noch ein kritischer Boss, wo auch einen geschiebt gehen kann. Aber ich habe Glück gehabt. Okay. Oh oh. Eher aus nach Dietland. Also es ist super schwer der Boss, aber wenn es ein bisschen aus dem Ruder gerät, dann Autsch. Ja. Der kann sehr weh tun. Okay. Aber jetzt beide relativ problemlos besiegt oder professionell besiegt? Mehr oder weniger. Ja das ist genauso wie bei dem Seahorse eigentlich, dass wir die Invincibility Frames benutzen und einfach die Melons maschen und der trotzdem ein paar P verliert. Ja okay. Ist aber halt eine Seite jetzt ja. Also ich glaube Abbonus hat ein bisschen aufgeholt jetzt. Die Liebe im Raum ist wieder spürbar. Oh ja. Und stimmt. Wir müssen für das nächste Zettel dann mal Sif hier als Megaman mit reinbringen irgendwie. Sif gegen euch beide. Okay. Deal. Er liebt die Megamanspiele habe ich gehört. Das sind jetzt aber noch nicht die Doppler Stages oder? Nee, noch nicht. Weil Berlin Dude hatte mich ja vorhin schon mal so ein bisschen heiß gemacht darauf. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Und in der Stage kommt der schwerste Boss im Spiel. Da bin ich jetzt so ein bisschen ironisch. Ja okay. Ja das mach ich bei Sonic beim fünften Boss auch noch. Das schwerste Boss im Spiel. Einfach nur was. Das sieht sehr sehr anspruchsvoll aus. Das hat man sogar mal gesehen. Selbst wenn er einen trifft. Was ja selten vorkommt. Aber selbst dann macht er auch wenig Schaden. Ja aber lustigerweise wenn man nicht seine Schwäche nimmt. Dann macht er wirklich Attacken und die hauen aber wirklich rein. Ah okay. Aber mit seiner Schwäche kann man ihn unterbrechen und dann hüpft er nur rum. Ah okay. Das hätte mich nämlich auch gewundert, dass man so spät im Spiel so in so einem einfach mal reinpackt. Ja der 100%-Fight der ist wesentlich interessanter. Okay. Weil die da noch Chat-Shots dazwischen setzen. Ähm Darkty Devil schreibt gerade, sag Zartox mal was denn mit Blizzard-Buffalo wär. Mit dem Cheese. Der ist nicht viel schlimmer. Ich hab jetzt keine Ahnung. Ah und nach der Biene kommen die Doppelastages. Okay dann halte ich mal nach der Biene aus. Schau. Der Blizzard-Buffalo ist halt auch ein sehr leichter Boss der, wenn man springt dann dreht er sich wieder um und dasht immer gegen die Wand. Ah okay. Das war der erste Boss quasi. Ach so, okay. Also allgemein in dem Spiel die Bosse sind unglaublich gut gecodet. Ich hatte grundsätzlich mal den Eindruck, ich mein gut, ich seh es jetzt nicht aus Speedrunner Sicht. Ich hatte mal den Eindruck bei den klassischen Megamans waren es eher die Bosse die so schwer waren. Bei Megaman X waren es dann eher die Levels, die so schwer waren. Man muss sagen, bei Megaman X1 sind die Bosse deutlich anspruchsvoller, aber die Stages sind meistens etwas leichter. Ah okay. Und bei X2, äh, weiß ich nicht. Ich mein, das ist auch halt nur mein Eindruck gewesen. Kann sein, dass ich das auch ein bisschen falsch sehe oder falsche Erinnerung habe. Was ist das mit Knacken hier ständig? Ich bin doch immer aufgeregt. Hier ist es eigentlich relativ selbsterklärend gerade gewesen. Man muss halt Schüsse und Sprünge da gut abteilen, damit man über die Gegner rüberspringt und die Barrieren möglichst schnell beseitigt. Damit man da nicht hängen bleibt. So. Super. Ui! Sehr optimal, wie das hier läuft. läxelatt Okay okay, dann machen wir mal... Ich hab grad ein bisschen verkackt... Da wird Amon es nun aufholen, ja ich hab grad mega von Mistplay. Ich hätte auch das Mikro mal anmachen sollen, aber egal. Ja, die Zardats hat halt hart geblieben gerade, aber es gab eine Backup-Strategie. Wir haben wieder ein sehr, sehr spannendes Race, sehr schön. Absicht. Absicht, genau. Er meinte, das war auch Absicht. Ah, okay. Ich wollte dir ein bisschen mehr Vorsprung lassen. Wie lange runnen die beiden Jungs schon Mega Man X, beziehungsweise X3 in dem Fall? Haben sie sich viel abgeschaut oder alles selber sich erspielt, fragt Zairod. Größtenteils abgeschaut, X3 runne ich noch nicht lange, aber X1 runne ich schon länger. Ja ja, also X2 hab ich nur vielleicht 3-4 Wochen gerannt und X1 schon ein bisschen länger. Okay. Ich hoffe mal das ist Antwort genug. Gleich auch, ja so ziemlich gleich auch. Ich sag mal die Basics kann man sich ja schon raussuchen von den Top-Runnern halt. Und dann kann man halt Leicester Rift selbst halt dazufügen und dann passt das schon. Und dann kann man schon anfangen. Okay. Okay, das ist jetzt wieder so eine Phase, wenn ich beide Bildschirme sehen würde, würde ich das ganze in 3D sehen. Quasi das gleiche Bild ist hier. Was würdet ihr sagen, wer von euch in den letzten Stages geübter ist? Ja. Okay. 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 So wie jetzt wegen der Spannung, gell? Ach, ich brauch keine Sorge für den Tipp. Der Bonus ist eine Sekunde vorne im Moment. Aber das hat überhaupt noch nichts zu sagen. Aber das hat überhaupt noch nichts zu sagen. Richtig, die beiden schenken sich gerade nichts. Jetzt kommt die was? Die Ikano-Goro-Maschine? Okay. Die Ikano-Goro-Maschine? Okay. Das ist ein Bit und Byte quasi. Ach so. Genau. Ah, okay. Für leichtere Boss in dieser Stage. Und da wäre jetzt auch der andere Boss gekommen, wenn man die, wenn man Bittenweil mit den schwächen geht hätte. Genau. Gut zu wissen. Und nun die Stage, die wird alles entscheiden wahrscheinlich, die kommende Stage. Okay. Ja. Ist die denn so anspruchsvoll? Ja, da kommt der Saber-Clyb. Ach so, ja stimmt. Top oder Top, ja. Stimmt. Also ja, den durfte ich mir vorhin in der Vorbereitungszeit schon eine ganze Weile angucken, weil beide da fleißig am Practicen gewesen sind. Und ja, wenn es soweit ist, werdet ihr ja schon sehen, warum der so schwierig ist. Genau, der Edelskip. Richtig krass. Der Musketo ist auch so ein Ding für sich. Wenn der unten auf den Boden kommt, entweder er wackelt da noch 15 Sekunden lang rum, oder aber er stürzt direkt auf dich ab und explodiert. Okay. So und jetzt quasi, wenn gleich der Elevator, also der Aufzug-Skip kommt, mit einem Saber-Rush, also mit einem Saber-Client nennt man den, aber es ist eigentlich Elevator-Skip, wie auch immer. Okay. Soll ich da so lange mit einem Ruf sein machen? Äh, bitte. Okay, alles klar. Bleib bitte. Schlechter irgendwie. Ich habe mich geschossen. Äh, er schießt schon wieder nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh, und jetzt? Ne, ich konnte es auch nicht retten. Nein, Gott, das ist so schwierig, aber komm. Immerhin verkacken wir beide, aber so sieht's aus, so sieht's aus, ich war zu Metric. Was wäre denn die Alternative? Das Schlecken nehmen, aber das dauert, ich glaub über eine Minute. Oh, okay. Jetzt hab ich ihn getötet, okay. Das ist sehr, sehr präzise und gut, gut, wir beide. Okay. Noch einmal und dann sind wir eh game over. Ja. Das würde bedeuten, die Stage noch auf den Content-Controller? Genau. Okay. Okay, ich mach ihn jetzt selbst. Das ist sehr, sehr schwer. Da hat er eben nicht geschossen. Das Spiel liebt es Inputs zu setzen. Das ist die Schwierigkeit dabei. Man muss hier, das bringt es härter als es ist, aber man muss leider viermal Frame Perfect Inputs machen. Man muss die I-Frames von Mega Man perfekt aussetzen. Nein! Ich bin game over. Ich bin gut dabei. Okay. Ja gut, dann habt ihr vielleicht gleich wieder gleiche Bedingungen. Nein, er nimmt safe. Ne, ne, ich mach die Hardcore-Streppe. Da kann ich ja jetzt mal kurz darauf eingehen, so ein bisschen. Oder brauchst du noch Konzentration dazu? Also Grund... Wow. Ups. Ups. Über Absicht, wieder. So ein Bonus, ich hab Gleichheit geschafft. Sätze, die man von einem Speedrunner niemals hören möchte. Ups. Ja, also das grundlegende Prinzip dahinter hat man ja eben gesehen. Man versucht halt mit den Invincibility Frames, also mit der Unverwundbarkeit, an den Stacheln hochzuklettern. Bekannt ist ja, Stachel töten Mega Man sofort, aber wenn man unverwundbar ist, passiert dann noch nichts. Aber man muss halt hochklettern, sich genau im richtigen Moment treffen lassen von den Gegnern, beziehungsweise andere Gegner halt auch genau im richtigen Moment treffen. Und ja, mit der Unverwundbarkeit immer weiter nach oben klettern. Das hat bei beiden jetzt nicht geklappt, trotz mehrerer Versuche. Abonis hatte das beim Üben gleich First Try geschafft, ne? Ja. Zartax hatte davor nämlich auch schon ein paar Probleme. Aber gut, es ist halt auch so ziemlich der schwerste Trick im Spiel. Das hat im Reality, glaub ich, vorhin auch schon mal geschrieben. Ja, genau. Und ich bin schuld. Danke, Copernicus. Es gibt nichts Schlimmeres als diesen Trick im Spiel. Okay. Also sogar mit Abstand dann der schwerste. Ja. Ich probier's noch einmal. Okay, dann bin ich kurz wieder ruhig, damit ihr euch konzentrieren könnt. So weit rechts gewesen. Oh. 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 So, komm, nehmen wir die Schnecken. Ja. Und Jude hat auch schon geschrieben, er nimmt grundsätzlich mal die Schnecken. Aber im PV habe ich es geschafft, das war ein. Okay. Können wir nachgucken. Nein, ich habe nicht gesagt, ich lüge nicht. Gut, aber du hast es ja auch schon über ihr Bein an, teilweise auch schon bis fast ganz nach oben geschafft. Aber ich glaube, dieser letzte Sprung ist so ziemlich auch der schwerste dabei, ne? Der ist sehr leggy dort und ja. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Gegner da sind. Mhm, genau. Ja, die haben auch an, die fliegen hoch, fliegen runter, schießen, schießen nicht, ne? Ich habe von euch vorhin geschafft. First Try haben wir eigentlich. Cool. Das Trick spart über eine Minute. Okay. Ich habe ein bisschen schwächer, aber dafür muss man nicht alles collecten. Sondern einfach nur... Ja, und nicht voll live sein. Ja. Ja, okay. Aber dafür halt jeder halt nur und ja. Ja. Warum sollte ich die beiden nervös machen, wenn ich hier mitkonditioniere? Stimmt, stimmt. Ein wenig nix. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, wenn ihr so einen Bock braucht, steht zur Verfügung kein Ding. Jetzt kommt eigentlich der langweiligste Teil, meiner Meinung nach. Wait 8? Mhm, okay. Oh. Ich meine, wir sind mit dem Kollegen los. Casual ist das eigentlich mal ein ziemliches Highlight gewesen, aber für Speedplan. Man hat es ja alle schon mal gesehen im Runder. Und deswegen... Er hat nicht Sting-Attacke gemacht. Ah, ah, ah. Ja, der kann ja auch zwei Pattern geben. Einmal bewegt er sich einfach nach links und einmal kommt er halt mit der Sting-Attacke nach unten. Und die Sting-Attacke kommt 99 von 100 Mal. Ja, so ungefähr. Außer hier im Run. Aber es sind ungefähr zwei Sekunden unterschiedlich. Also Abonus ist jetzt ungefähr zwei Sekunden nach vorne. Kein HP? Nein. Das ist auch so ein Ding. In dem Teil. Okay. Ähm. Die... Normalerweise gibt man nach den Mavericks oder nach einem Maverick immer einen Hells Drop oder sowas. In dem Teil ist das nicht so. Ach so. Da kann HP oder Item kommen. Ach so. Also es kommt auf alle Fälle. Die Frage ist nur... Ja, ja. Wo passt denn auch gerade dann? Genau richtig. Heel oder Waffen... Muni. Okay. Ich hatte leider keine... Da, nur noch Heel. Jetzt seht mir vielleicht ein bisschen Laser-Action bei dem Beetle. Schau mal. Dann gib mir erstmal einen Charge. Da kann ich ihn schon mal nicht angreifen. Okay. Er hat Attacken. Ja. Immerhin. Das ist der, den du vorhin mit der... mit seiner Schwächen besiegt hast, der ohne gar nichts machen wollte. Richtig. Bei Zartans hatte ich es vorhin zu kurz gesehen. Ups. Von links geht wohl nicht. Probieren kann man es aber. Ja. Ja. Wirklich easy-breich sind die Bosse jetzt aber gerade nicht, ne? Naja, es gibt halt so eins, zwei, wo ein bisschen tricky sind. Das ist einmal Tiger. Und... Crawfish? Der auch, ja. Und... Seahorse? Seahorse auch, ja. Erstmal Nachbarn ärgern und boxen angeschlossen. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Gut, dass Exo jetzt kein Commentary macht. Gut. Ich bin noch ein Boss. Ui, ganz kurz auf den Chat und sofort ist der Boss weg. Wow. Okay. Die haben Bassverstärkung. Ja, das Problem ist, Exo hat auch Bassverstärkung von sich aus schon. Das geht schief. Und ich denke mal hier ist wieder das Prinzip nach dem Grade 8. Da gibt es quasi den finalen Boss, der in verschiedenen Phasen ist und quasi das finale Level dann. Ne, nicht ganz. Nicht ganz, okay. Da kommt Dr. Doppler als Boss und, naja, auch in zwei Pflegen tot. Okay. Quasi Dr. Halbler dann. Ja, Dr. Halbler, ja. Möb, nein, leider nicht. Exo musste das Event leider vorzeitig verlassen. Deswegen wird das nachher auch kein Race. Der wollte sich nur drücken. Nein, wollte er nicht. Wie viel denn noch? Nein. Ich auch Tiger. Ne, ich hab Graphic. Ich hoffe Tiger trollt nicht. Der kann richtig Ärger machen im Boss Rush. Okay. Weil hier ändert, äh, unterscheidet sich eure. Im Prinzip, man muss eh alle machen. Ja, eben. Mach keinen großen Unterschied, aber mal interessant zu sehen auf jeden Fall. Ne, der ist gar nicht mehr da, Leora. Leider nicht. Ich hab's nicht mehr da. 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 Okay. Oh, genau. Aber, Grade 8 sind weg. Nun, Dr. Halbler oder Doppler oder wie auch immer. Dr. Doppler. Dr. Doppler, ja. Dr. Doppler, ja. Ja, geht eigentlich. Ja, Basta. Ne, es ist was Gewaltes gewesen. Diese Laser sind auch alle AMG, ob du getroffen bist oder nicht. Da kannst du keinen Einfluss drauf. Okay. Ist es dann schlimm, wenn man zu oft getroffen wird? Oh, jetzt ist es dann schlimm. Okay. Oh, du musst glaub ich aufpassen. Ja, ich muss sehr aufpassen. Ein Hit glaub ich töte da mich. Das ist jetzt Dr. Doppler direkt. Richtig. Ja, Thinking Doppler. Kopf an Kopf rennen. Richtig. Immer noch alles offen hier. Okay. Okay. Wunderbar. Das war nicht knapp, das war präzise. Genau. So, nun, der Feind, der wird alles entscheidend. Quick Kill oder nicht? Auf jeden Fall. Okay. Starke Worte. Ich bin nicht beeindruckt auf Quick Kill, weil Sigma 1 kann sehr gefährlich sein. Aber bei Quick Kill, wenn man den verhaut, dann wird es hektisch. Oh, okay. Ungefähr zwei Sekunden Unterschied, würde ich sagen. Zwei, drei Sekunden. Immer noch größer. Das war das. Was? Was? Oh, gut. Plötzlich sind wir wieder auf jeden Fall. Wo du wohnst? Ich war ganz klein, stück vorne. Oh oh, ich habe ihn gefehlt. Oh Gott, das ist nicht gut. Okay. Ärgerlich. Ich habe ihn aber auch gefehlt, den ersten hat er den Wort getroffen. Den ersten habe ich gut gemacht, aber den zweiten habe ich total vermasselt. Na gut, aber so gleicht sich das aus, so seid ihr immer noch quasi gleich auf. Das ist ein sehr gutes Pattern hier. Kein Getrolle. Wann ist dann Time? Ganz oben, wenn Maxx anfängt zu gehen. Das dauert noch ein bisschen. Okay, alles klar, nur dass die Regime scheitbar ist. Abonus ist jetzt wieder ein bisschen Zeit verloren. Aber ich heile mich auf jeden Fall noch, weil man kann hier immer noch sterben. Ja. Also mir ist es schon passiert. Mir auch. Ich habe gedacht, jawoll, PV und bin gestorben hier. Abonus hat er ja jetzt vorhin oder eben gerade bei dem einen Boss einen Energietank eingesetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Hat man da viele noch als Backup? Oder hält sich das sehr in Grenzen? Okay, safe. Also sobald oben, ich dashe oben und sobald ich gehe. In jedem Moment. Und Time. Time. Okay. Das haben wir jetzt ein bisschen unerwartet. Ja, tut mir leid. Ist okay. Und ja, bei Abonus auch Time. Ja. Knappe Rafe. War gut. Auf alle Fälle. Fünf Sekunden, das ist gar nichts. Ich meine, wir hätten auf jeden Fall eine bessere Zeit hinbekommen. Hätten wir halt einfach den sicheren Weg genommen und nicht den Hardcore Weg. Da haben wir bestimmt fünf Minuten verloren oder so. Aber wir wollten es halt unbedingt demonstrieren. Ja, ja, klar. Hat leider nicht geklappt. Naja, aber gut, das Prinzip hat man zumindest verstanden. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber war so oder so ein schönes Race. Und wie gesagt, fünf Sekunden Unterschied bei fast einer Stunde. Also das ist gar nichts. Das war wirklich sehr, sehr lohnenswert. Auch da, die ganzen Führungswechsel. Das ist eigentlich nicht ganz zwei Sekunden vorne war, sondern ihr habt euch da ja schön abgewechselt gemacht. Ja, dann haben wir als nächstes Mega Man X 1. Also, ja, Mega Man X. Äh, jetzt hab ich grad... Das warst du, glaub ich, ne? Ja. Ja, okay. Ich war mir grad nicht ganz sicher. Und du machst dann das Kommentar dafür? Kann ich machen, ja. Ja? Okay. Oh, das klingt hier grad sehr komisch. Ne, dann würde ich nämlich jetzt nochmal schnell ein bisschen Organisatorisches machen. Dann bin ich ja für die beiden Runs danach noch als Kommentator beziehungsweise als Runner dabei. Das war's. Das war's.